Feuerverzinken auf höchstem Niveau. Dafür steht OTN Oberflächentechnik. Unser Werk in St. Georgen am Villmannsbach ist eine der leistungsfähigsten Feuerverzinkungsanlagen in Europa. Hier erhält Stahl den optimalen langlebigen Schutz. Ob Privatkunde, kleine Schlosserei oder internationaler Konzern, wir sind für jeden Kunden ein zuverlässiger Partner. Uns ist kein Auftrag zu klein und keiner zu groß. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden erstellen wir Gesamtkonzepte und unterstützen sie auch bei Planung, Konstruktion und Montage. Das sorgfältige Aufrüsten ist die Grundlage für ein perfektes Ergebnis. Für Serienprodukte konstruieren unsere ausgebildeten Schlosser individuelle Gehänge. Vor allem die verzinkungsgerechte Konstruktion der Werkstücke ist wichtig für ein perfektes Verzinkungsergebnis. Wir unterstützen unsere Kunden dabei jederzeit mit unserem Know-how. 80 erfahrene Mitarbeiter setzen jeden Arbeitsschritt fachkundig um und verarbeiten dabei über 100 Tonnen Stahl pro Tag. Jedes Werkstück wird in einem eingehausten, abgeschlossenen Bereich automatisch vorbehandelt. Dabei werden Rost und Zunder durch Entfetten und Beizen restlos entfernt. Nur so kann später ein homogener, makelloser Zinküberzug entstehen. Der gesamte Bearbeitungsprozess erfolgt bei OTN gemäß dem ISO-Standard 1461 und der DAST-Richtlinie 022. In den vier Kammern unseres Trockenofens werden alle Teile bei Temperaturen bis zu 100 Grad getrocknet und vorgewärmt. In Österreichs größtem Zinkbad tauchen Werkstücke mit bis zu 15 Meter Länge und einem Gewicht bis zu 6 Tonnen ein. Im Doppeltauchverfahren können sogar 19 Meter lange Bauteile verzinkt werden. Die 450 Grad heiße Schmelze mit einem Reinzinkanteil von mehr als 99 Prozent bildet mit dem Stahl eine Legierungsschicht aus reinem Zink. Zwei erfahrene Mitarbeiter stimmen Krangeschwindigkeit und Neigung auf das jeweilige Material ab und sorgen so für optimale Verzinkungsparameter. Feuerverzinkung von OTN ist extrem langlebig, abriebfest und kann von Rost nicht unterwandert werden. Sie schützt Hohlkörper nicht nur außen, sondern auch innen. Und sie ist nachhaltig, denn sowohl der Stahl- als auch der Zinküberzug lassen sich vollständig recyceln. Durch Passivieren kann außerdem die Bildung von Weißrost verhindert werden. Jedes Werkstück wird per Hand nachbearbeitet, gründlich und gewissenhaft. Wenn es der Kunde wünscht, übernehmen wir auch Montagetätigkeiten, Gewindereinigung, Containerverpackung oder andere Sonderarbeiten direkt am Werkstück. Ganz nah am Kunden – das ist unser Grundsatz bei jedem Auftrag. Auch unsere Mitarbeiter in der Verwaltung und im Verkauf sind für ihre Aufgaben bestens qualifiziert. Wir bilden Lehrlinge aus und legen großen Wert auf gute Ausbildung bis hin zum berufsbegleitenden Studium. Termintreue steht bei uns an oberster Stelle. Expressaufträge werden sogar innerhalb von zwölf Stunden abgewickelt. Unsere Logistik sorgt für eine optimale LKW-Auslastung. Tourenkunden beliefern wir zweimal wöchentlich. Als Unternehmen im Familienbesitz wirtschaften wir nachhaltig und zukunftsbewusst. Unser Anspruch ist beständige, perfekte Qualität. OTN Oberflächentechnik – schnell, zuverlässig, präzise. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017